Ich heiße Sabine. Ich bin Freiberuflerin. Unter meinem Fenster laufen den ganzen Tag die Sprachen aller Welt vorbei. Und das macht mir ein riesiges Vergnügen. Da höre ich Spanisch, Italienisch, da gibt es alle Kulturen der Welt. Und das ist einfach faszinierend. Das finde ich sehr schön hier. Ich nehme keine Menschen in dieser Welt Wohnraum weg. Ich habe meinen kleinen Ort, der meine einzige Sicherheit und Zuflucht ist. Das ist die Zukunft. Das ist die Gesellschaft von morgen. Alles wird so funktionieren. Alles wird geshared werden. Und die Freiheit, das tun zu können, finde ich also absolut wunderbar.